In einer Hinsicht mag ich reden wirklich gern, weil man sie so schnell vergisst. Entschuldigung, danke Helene, darf ich mal das Mikro haben? Vor drei Wochen beim Tod meiner Schwester, da wurde mir eines bewusst. Mein Vater, Helge, ist ein säuberlicher Mann. Hä? Was ist das für ein Song? Was ist das für ein Song, Christian? Ich möchte nur ganz gut sagen, falls meine Worte vorhin irgendwie irreführend waren, dann möchte ich das jetzt mit einem anständigen Toast auf meinen Vater wiedergutmachen. Also, herzlichen Glückwunsch, Vater, der Mann, der meine Schwester umgebracht hat, auf einen Mörder. Ein Schnaps für meinen Sohn und für mich natürlich auch.